Ja Leute, wie ihr sehen könnt, haben wir hier einmal von Lanheim die Hülle. Das ganze ist eine 360 Grad Hülle und wir haben hier einmal zu Alifon der 11. Generation. Und nein, das Datum, was ihr gerade seht, ist nicht das aktuelle. Das ganze kommt in eine 360 Grad Hülle rein. Zum allerersten Mal müssen wir hier mal die Folie wegmachen. Die haben wir jetzt zum Displaywechsel immer noch drauf gelassen. Jetzt haben wir hier quasi ein komplett sauberes Display. Zum Reinigen ist einmal hier zwei solche Tücherchen drin. Ihr seht, weil es jetzt auf der Uhr 31 ist, kommt jetzt in Erinnerung zum Schlafen. Allerdings ist es gerade mittags. Es ist schon ein bisschen verschickt. Wir haben einmal hier diese Folie ausgepackt. Eigentlich brauchen wir den Display gar nicht so richtig waschen. Weil der ist ja gerade frisch ausgepackt. Aber wir nehmen noch einmal die Rückseite. So, legen es einmal zur Seite. So, nachdem das Ganze einmal sauber ist, legen wir das Ganze einmal vorsichtig rein. Wir haben hier einmal die Vorderseite. Ich glaube, das Ganze muss man andersrum machen. Deswegen lege ich das einmal jetzt erstmal andersrum rein. Hier klebst das Ganze schön ein. So, und das Ganze kommt dann jetzt die Rückseite drauf. Ihr müsst ja richtig ordentlich zudrücken. Das ist echt nicht so leicht wie für die Hülle. So, damit das Ganze zugeht. So, jetzt haben wir das Ganze einmal komplett in der Hülle verpackt. So, zack. Wir nehmen einmal hier noch diese Folie ab. Und hier vorne ist auch noch eine Folie. Insgesamt jetzt viel Folie abgemacht. Jetzt das ganze iPhone panzerdicht. Wie ihr seht, funktioniert alles noch in der Hülle. Ganz normal hin und her swippen. Telefon hier aufrufen. Runterziehen. Runterziehen. Hochziehen. Menüs. Ja. So, das war von Lanheem. Die 360-Grad-Hülle. Ah, mir fällt noch eine Sache ein. Die Kamera. Ja, die sieht danach immer noch hier normal aus. Könnt ihr alles bewegen, alles verwenden. Genau. Die funktioniert immer noch. Das Licht. Das Licht geht auch ganz normal. Wie ihr seht, das Licht geht. Und das ist ganz normal. Ja, das war es jetzt mit dem Video von der Lanheem. 360-Grad-Hülle für das iPhone 11 Pro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zum Schluss zeige ich euch noch einmal. Hier könnt ihr noch das Ganze einfach wegklipsen. Und dann könnt ihr durch. Ja, jetzt haben wir es einmal aufgekriegt. Das Ding ist wirklich bombenfest. Den Schlüssel haben wir es dann aufgekriegt. Hier könnt ihr das iPhone noch aufladen. Hier ist auch ein guter Ausgang für die Lautsprecher. Ich glaube, die sind jetzt etwas leiserer, weil halt hier eine Art Schutzfolie. Und sobald man sieht, Schutzfolie dazwischen ist, werden die Lautsprecher halt ein bisschen leiser sein. So könnt ihr das Ganze aufladen. Hier kommt dann noch das Schlüsselband. Das soll er dann eben dazu brauchen. Oh, haben wir es einmal hingeschmissen. Naja, auch nicht so wichtig. Ach, hier haben wir es direkt. Jetzt wird es mal ein. Könnt ihr hier unten einmal festmachen. Einmal durchpulen. So, jetzt ist echt alles fertig. Und jetzt sage ich echt, danke fürs Zuschauen und einen wunderschönen Tag euch. Ciao.